Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie. I do hope this time goes better for you. Oh yeah. Hand of fate. Im Story-Modus. Ja, wir hätten gern den Pest-Pububen. Sehr gerne. Und ich nehme mal einen Vorschlag aus der Community hera... Oh, der Spieler verliert 5 Gold für jeden Fehlschlag. Ach, Fehlschlag. Jetzt weiß ich, was Fehlschlag bedeutet. Für jeden Fehlschlag, wenn so Karten aufgedeckt sind. Da gibt es ja enorm Fehlschlag oder Fehlschlag. Ja, ich nehme mal einen Vorschlag aus der Community auf. Und zwar, dass wir uns unser Deck zusammenstellen. Wir können es ja so machen. Na, wartet mal. Kann ich das nicht erst mal... Ähm... Ähm... Entfernen oder so? Wo ist denn das... Was ist denn jetzt das Richtige? Ja, schön. Ach so, hinzu... Warte, halt. Moment. Hinzufügen, entfernen. So, wir entfernen jetzt das mal alles. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, und was... Wie viel können wir jetzt? Was sind das überhaupt? Warte, wir müssen schauen. Ähm, diese Karte ist neu. Ach so, deswegen ist es auch neu. Ja, dann, wenn es neu ist, ist es eben neu. Dann müssen wir das so nehmen. Äh, ich werde natürlich euch das jetzt nicht jedes Mal zeigen, hier, die Deckzusammenstellung. Nur heute das erste Mal. Und dann könnt ihr es ja dann sehen. Ich mache die Deckzusammenstellung dann so für mich. Und, ja, den Rest, ne? Wie es denn so ist. Das sind aber nur die Waffen, oder? Ach so. Warte mal, dann will ich auf alle Fälle diesen Frost Tower... Ähm... Den Hammer finde ich super. Ähm... Das Schild hier war auch, glaube ich, echt toll. Nehmen wir mit. Die Rüstung auch. Oder wir nehmen mal die Rüstung der Kälte. Ja, mittlere Rüstung ist immer gut. Die Hallen der Haube hört sich super an. Flinkenmannschiffen. Hm, warum nicht? Eine zehrende Schramme habe ich keine Ahnung. Wir nehmen mal alles, was Neues mit. Ich glaube, das war super hier, das Damoklesschwert. Abschmettern. Ach so, Geschoss. Auch nicht so schlecht, ne? Hm. Ja, das sind ja aber nur Helme und so Zeugsbums, Dingsbums, ne? Ja, ähm... Boah, ich habe keine Ahnung. Hier, nehmen wir noch das da hier. Dann nehmen wir noch den Entdeckerhelm und die Engelsflügel und... Whatever. Ne, normale Axt trotzdem, oder? Sollten wir vielleicht mit reinnehmen. Wir haben noch zwei. Schwerte lassen wir mal Schwertes sein. Ähm... Müssen wir eine normale Axt mitnehmen? Bekommen wir die nicht automatisch? Soll ich? Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach nur, damit wir mal wissen, wie es funktioniert, ne? Ich nehme mal noch... Ähm... Den Helm des... Ne? Den. Genau. So, wir lassen auf Schwer. Und... Was haben wir jetzt drin? Äh, den weißen Rad, das ist super. Den Zorn der Ehefrau. Genau, genau. Wir nehmen... Das sind Pestbuben, natürlich. Den brauchen wir. Alles Kobolds, warum nicht? Schlacht. Schlacht. Also alles, was neu ist hier. Nehmen wir mal mit rein, oder? Die Bäuerung der Priester, das ist super. Waren wir den noch dabei? Der gewundene Pfad ist echt toll. Räuberangriff von mir. Die Ratte würde ich raus tun. Geht das? Diesen blöden Rattenangriff. Der ist ja doof. Wo ist denn der? Wo ist denn der Rattenangriff? Sie? Sieh ihn gar nicht. Sie? Ich wüsste gar nicht, was es ist. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Also der Priester fehlt mir irgendwie. Ach ne, da ist er. Der war wirklich hilfreich, finde ich. Ein Darlehen ist super. Wieso? Ne, wir lassen das so, wie es ist. Ah, das ist dieser Räuberangriff, glaube ich, oder? Ach ne, das ist die anstößige Ankunft. Richtig? Weg mit dir. Wir nehmen da lieber... Ja, aber um ehrlich zu sein, damit cheat ich doch, oder? Ist doch cheatin. Ist doch cheatin auf höchstem Niveau. Oder? Wir machen wieder empfohlen das nächste Mal. Was ist denn das? Mondblumenfeld? Hm. Wären wir dann high, oder? Kann man nicht mal das Mondblumenfeld noch mal? Ja, was weiß ich. So, los. Geht los. Ja, wir starten. So, Misch. Junge. Wären wahrscheinlich wieder zwei Debacles. Wie gesagt, zweimal jetzt noch auf schwer, auf alle Fälle. Und dann... Ja. Ja, ich weiß. Das ist ein blöder Anfang. Da verliert man einfach zu viel. Hat so viel Ration. Wir fangen mal mit unten an. Oh, Moment. You cannot come to this table with debts outstanding. Moment. In einem geschäftlichen Marktstädtchen werde ich von einem Händler angesprochen. Ja, wir geben dem mal wieder... Wir geben dem mal wieder die 20 Gold. Das, glaube ich, hat sich gut... Das hat sich, glaube ich, ganz gut angehört. Nach zehn Schritten, ne? Bekommen wir wieder einiges zurück. So, was könnten wir jetzt? Komm ich immer da rüber. Ach so, wir müssen... Sie seht ihr? Und das ist immer... Das ist eine blöde Anordnung am Anfang. Und? Hm. Not a good day to be in Stiegel. So few are. Hm. Na dann. Auf. Geht's. A challenge for you. And a token if you succeed. Na dann. Ich komme am Markttag in der Stadt Stiegel an. Auf dem Markt werden heute Lebensmittel verkauft. Gut. Ich kann auf dem Markt Gold bieten und sehen, wie viele Rationen ich dafür bekomme. Ich biete mal... Na, ich kann sie auch stehlen. Na, ich biete mal die Hälfte meines Goldes an. Ich liefere mein Gold am Markt ab und warte, dass der Handel geschlossen wird. Aha. Ah, shit, 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 shit. A choice. Select your desire. Danke. Danke, danke, danke. Danke. Ich öffne den Sack, entdecke einige Rationen. Drei. I'm sure you are grateful for that. What? Dafür? Danke. Äh, dafür noch. Naja. Ja, wir... Ja. Ja, es nützt ja nichts. Wir können es ja nicht ändern. Es nützt ja wirklich nichts los. Fahr mit. Wahrscheinlich war das die Maid. Ups. Wieso? Warum? Wieso? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Hallo? So, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen... Ja, ich spiele zu wenig. Normalerweise bei Lone Wolf, da habe ich dann... Da habe ich ziemlich kontinuierlich jeden Tag spielt. Das war so in einer Phase. Und... Boah, was ist denn das? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Was? Wieso? Wieso? Boah. Wir hatten sowas vom Versauch. Wow. Wow. Sag mal, wird das... Wird das... Wird das jedes Mal schwieriger? Danke. All the world is a game board. And us men and women merely players. I alone do not play. I maintain the rules. You have choices. And I have predestination. Your choices are the familiar discovery of that, what you already know. Huh. Das ist natürlich echt übel, oder? So, passt auf. Was können wir denn für Gegenstände verkaufen eigentlich? Wartet mal, wir haben für jeden getöteten Spieler einen kombinierten Bonus. Ja, das ist alles sehr schön, aber... Eigentlich nichts, ne? Wundenhallen, was kostet mich denn das? 15 Wundenhallen? Ja. Gerne. The pendulum can swing both ways. Denkt ihr, wie kommen wir denn Rationen hin? Hm. Wegen einer Ration? Dann können wir auch lieber die Wunden heilen, ne? Wäre vielleicht günstiger. Naja. Schön nenne ich anders. Schön nenne ich echt anders. Ah, ja, ja, ist das hart, oder? Das schaffen wir doch nie. Ich glaube, das schaffe ich noch nicht mal auf normal. Eieieieiei. So. Oh, nee! Timing. Es ist alles eine Frage des Timings. Wenn ich's könnte, ne? Aber ich kann einfach des Timings nicht. Na, dann los. Komm. Wir bereiten uns drauf vor. Ziehen unsere Bandana über. Schild in die Hand. Axt in die andere. Und dann... Nur keine Panik. Wo sind denn die? Au, das war schon nicht. Mist. Was? voter... Sunny. Ja, ja, ja. Und jetzt, wer, wieso, hört doch auf, der hat mich jetzt noch so richtig, wir waren so gut eigentlich, ne? Also, ich war schon ein bisschen besser. Ich war vom Timing jetzt um einiges besser, obwohl ich schlecht war, ne? Aber ich war um einiges besser. Das ist super, wir haben nämlich keinerlei mehr. Das ist eigentlich, wir haben eins, zwei, drei, okay. Oh, und bitte zweimal. So, machen wir die nicht raus? Der kann ich ja empfohlenen nehmen, oder? Jetzt fange ich nochmal an mit den Dingern. Die hatte ich doch raus, oder? Habe ich die rein? Wahrscheinlich habe ich alles, weil ich... Vielleicht habe ich... Vielleicht... Ne, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir nehmen erst mal die da drüben. Die rechten. Was? Auf geht's. Ne, die rechten. Hm. Ah! Ja, bitte schön, zweimal hintereinander. Tja, was sag ich, ne? Fünf Rationen. Hilfe für den Händler. Schöne Karten werden's ja. Ich glaub, wir werden... Ich glaub, wir werden... Also wie gesagt, wie ich gesagt hab, noch einmal probiere es. Und dann werden wir auf normal umstellen. Und werden sehen, dass es genauso schlimm wird. Oh, man. Hm. Ja, dann müssen wir durch. Ciao, ciao.